Ithaka Asset Management. Sind Sie Opfer dort geworden? Haben Sie dort Geld bezahlt? Es ist erstmal weg. Ithaka Asset Management ist eine Betrugsfirma. Haben Sie dann überhaupt eine Chance, dass Sie Ihr Geld wiederbekommen können? Ja, das haben Sie. Wie das aber gehen kann, verrate ich Ihnen am Ende dieses Videos. Schauen Sie sich dieses Video also bis zum Schluss an. Hallo, ich bin der Anwalt Jochen Resch zum Thema Ithaka Asset Management. Alles Lug und Fug. Nichts ist echt. Wir vermuten, wer dahinter steht. Wir sind am Ermitteln. Wir haben eine eigene Ermittlungsabteilung, die recht erfolgreich die Verbindungen zwischen Plattformen herstellt und die der Spur des Geldes folgen kann. Was können Sie tun? Manche glauben ja, mit einer Strafanzeige sei alles getan. Nein. Das wäre ein großer Irrtum einer Strafanzeige dient grundsätzlich der bestrafenden Täter, aber nicht zur Wiederbeschaffung des Geldes. Wir ergänzen das. Wir verfolgen die Spur des Geldes und haben damit recht viel Erfolg. Wenn Sie wissen möchten, wie das geht, rufen Sie mich an unter 030885-9770 oder besser noch, gehen Sie in unserer Webseite. Folgen Sie dem Link. Lehren Sie jetzt mal den Artikel dazu. Da gibt es ja noch einige Informationen, die ich in diesem Kursenvideo Ihnen nicht alle erklären kann. Sie bekommen dann von uns eine kostenlose Einschätzung Ihres Falles, wenn Sie uns Ihren Sachen zuschicken. Wir bieten also eine kostenlose Einschätzung an. Sie bekommen dann von uns diese Einschätzung. Wir sagen Ihnen, ob wir jedenfalls übernehmen können, wenn ja, was wir konkret machen und was es kosten würde. Mit dieser kostenlosen Einschätzung kennen Sie alle Fakten. Und weil Sie alle Fakten kennen, wissen Sie, warum es für den richtigen Weg ist, dass Sie sich unserem Sammlerverfahren anschließen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.